Hey Leute da draußen, wir vom Team der OSBAR, von der Förderung, wir erleben es tagtäglich. Wir bekommen Projekte, Wünsche, Anträge eingereicht, aber Sie haben bestimmt noch viel mehr tolle Ideen. Und wer kennt es nicht? Viele Hände schaffen ein schnelles Ende. Getreu dem Motto, gemeinsam sind wir stark, gemeinsam schaffen wir mehr, möchten wir mit unserer neuen Crowdfunding-Spendenplattform 99 Funken Sie aufrufen und motivieren, Projekte einzureichen und auch mitmachen und zu helfen, diese Projekte zu verwirklichen. Also geht auf unsere Seite www.osbar.de slash 99 Funken und teilt das gerne an alle, die da draußen in den Vereinen tätig sind. Seid dabei, helft mit, gemeinsam sind wir stark.